Konstruktion fertig Oh, im richtigen Moment aufgebaut, ich sehe schon Also es war ja wirklich im richtigen Moment aufgebaut Mit was wollen wir als nächstes weitermachen? Wir müssen auf die Ionenkanone warten Ein paar Helipods wäre nicht verkehrt, das Ding da unten stört mich Ich nehme euch dreimal mit Das hier muss alles weg Oh nö, ging sogar Helipods oder Mammutpanzer, ich bin überlegen, ob ich mir für solche Sachen Helipods holen sollte Wollen wir uns erst nochmal Ich kann selber MBFs bauen, wird in einen Bauhof umgewandelt Alter Okay, das ist für die letzte Mission echt krass Was aber auch ein dicker Hinweis darauf ist, dass wahrscheinlich bald Hier irgendwas einschlagen wird Vielleicht soll ich 5000 Crates wirklich zurücklegen Für den MBF Und solltet dann mit dem losfahren Oder hier nochmal neu aufbauen, wenn die Atomrakete einschlägt Um auf die nochmal zu referenzieren Kann auch sein, dass hier nochmal viele Ressourcen liegen Wir müssen selber vom Spiel aus das Angebot bekommen Nochmal eine Basis woanders aufzubauen Weil hier ein Helipod würde mich halt schon sehr reizen Pass auf, wir holen uns erstmal mindestens ein Helipod Vielleicht können wir damit irgendwas reisen Wobei, bräuchte ich drei Stück Ja komm, wir investieren einfach mal in drei Helipods Es kann ja nicht mehr als nicht funktionieren Hier geht es natürlich nicht Das ist schön, aber ich habe kein Ziel dafür Noch nicht Das ist schade Da passen nur zwei Stück hin Wir reisen einfach das Silo wieder ab Oder wir verkaufen das Silo, besser gesagt Wir haben ja richtig viele Panzer hier auf einmal Äh, richtig viele Baummöglichkeiten auf einmal Helipod ist auch fast fertig Da kommen die nächsten Sammler Die schützen, die so ein bisschen verplant im Weg stehen Aber ich kann mit meinen Helis hier die ganzen Sachen jagen und kaputt machen Muss ich auch keine Ionenkanone dafür verschwenden Schön, dass ich dich da noch rausbekomme Da lädt er ab Sehr fleißig Ich müsste eigentlich sofort mit der Jungkanone irgendwo drauf schießen Damit die ihren Cooldown wieder aufladen kann Ich sah der Orca eigentlich nochmal Ach ja, dieser Pixelbrei Genau, ich erinnere mich Weil die Jungkanone auf dem Geschützturm Das ist lächerlich Das ist Ressourcenverschwendung Eine hochgradige Ressourcenverschwendung Oh, warte mal Sagen wir mal anders Der ist ja schnell gebaut Ich möchte vorher mal hier reparieren Oh, schau mal Wir kriegen Besuch Die Basis wird angegriffen Jawohl, Sir Reparatur läuft Wird gebaut Jawohl, Sir Weichau Reparatur läuft Und nun haben wir auch fast keine Ressourcen mehr Geldmittel unzureichend Konstruktion fertig Jawohl, Sir Unsere Basis wird angegriffen Jawohl, Sir Das sollte doch kein Problem darstellen Da haben sie es wieder fast schon spannend gemacht Ich dachte schon, es würde nicht reichen Ich hoffe doch, dass sie mir jetzt die Ressourcen ausgehen Aber das wird wahrscheinlich so nicht passieren Schauen wir mal, ob wir mit den drei Jungs Szenen da zerstören können Ob wir genau von irgendwelchen Flags begrüßt werden Was versteckt er eigentlich hier, dass er da seine Gestütztürme hinstellt? Ach, der kann jetzt die wieder aufbauen oder was? Ach, nö Das ist ja mal sehr uncool Vor allem, wieso kann er denn so bauen Und wir dann aber nicht? Das finde ich aber auch nicht gut Was haben wir hier? Was ist das für... Achso, das könnte... Äh... Raveneries sein Äh, ja gut Dann muss ich hier... Na, wobei, noch nicht Noch nicht, noch nicht, noch nicht Noch nicht Muss ich hier reinfahren Und irgendwie versuchen, die Dinger zu zerstören Baut er da einfach wieder neue Türme hin? Das gibt's doch gar nicht Tja, da haben wir uns auch noch die Ressourcen wegnehmen lassen Weil er schneller dorthin fährt Aber mehr haben wir dann hier erstmal nicht, ne? Dann müsste ich da reinfahren Und schauen, ob ich da auf irgendwas Das die Laser-Kanone richten kann Am besten auf das, was mir am gefährlichsten wird Nach wie vor Ich will es nicht nochmal laut aussprechen Weil ich glaube, ich habe das Gefühl Ich habe es ja von einer Minute zehnmal gesagt Jawohl, in Ordnung Jawohl, verständigt Da, schau, der baut es wieder Aber okay, den da drüben Jawohl, zahl Den da drüben hat er nicht wieder gebaut Den ein, warum auch immer Dann schießen wir den nochmal noch mit kaputt Jawohl, zahl In Ordnung Und ich möchte wissen, was wir da noch finden werden Wahrscheinlich kommt gleich der Laser Und das war ein sehr kurzer Ausflug Wir benötigen Silos Einheit verloren Okay Das Silo-Problem werden wir uns zuerst mal annehmen Ich baue lieber ein Silo, denke ich mal Bevor ich jetzt auf Krampf irgendwas baue Vielleicht waren die drei Helipods auch falsch Die 3600 Credits Baumenü, Silo, ganz schnell War jetzt auch so blickgesetzt, dass da links und rechts nichts mehr hinpasst Aber okay Oh Oh, ja Das war noch blöder Ich hätte vielleicht zuerst Mein BMT zurückpfeifen sollen Gut, da ist jetzt hier ein bisschen was verloren gegangen quasi Konstruktion fertig Hm, ansonsten gibt es hier kein Geld mehr Jetzt sind wir wieder in so einer Paz-Situation Bisschen Kohlen haben wir noch, aber nicht mehr so viele Okay Okay, aber ich kann mit dem BMT einfach mal Jawohl, Sir Den da angreifen, wenn das nicht mein Hauptziel ist Hier mal runterfahren Jawohl, Sir Jawohl, Sir Vielleicht kann ich hier ein bisschen besser die Basis aussperren, wo ich draufschießen kann Ohohoho, was sehe ich denn da? Nein, 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 jetzt habe ich auf ihn geschossen, das war ganz blöd Das ist ja sehr interessant, es schaut ja aus wie auf dem Präsentierteller Dann muss ich aber ganz schnell ein paar Ingenieure runterschicken Genau, das haben wir, das haben wir Wird gebaut Jawohl, Sir Jawohl, Bestätigt Ihr wartet erstmal, da oben ist es fahrt Ihr genau in das Ding da mit rein Okay Sehr schön Hier, vier, kommt man da zurück Du lädst aus Nein, du sollst doch Was ist denn mit dir? Kollege Schnürschuh Das ist eine sehr dumme Aktion von dir gewesen Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Bereche auf Konstruktion fertig Jawohl, Sir Geht wohl los oder was? Jawohl, Sir Ich brauche irgendwas, was da drüben die Dinger anreißt Jetzt nehmen wir euch zwei damit Du bleibst da Weil dann reiße ich nämlich da einfach die Wand ein und hole mir da mal Alter, dieser Nachbar Und dann hole ich mir da drüben einfach mal Tick Seine Seine Cash-Spatzen Direkt auf mein Konto Jawohl, Sir Ich sag da gar nichts mehr dazu Ihr fahrt jetzt hier einfach weiter Jawohl, Sir Ja, wow Genau das wollte ich nämlich vermeiden Aber zum Glück sind die schnell kaputt Wir allerdings auch Wie viele sind das denn? Jawohl, Reche auf In Ordnung Ja gut, da habe ich wieder versemmelt Weil die auf mich aufmerksam geworden sind Dann lässt du einmal deine Leute ausachten Dann passiert wieder sowas So, pass auf Ihr fahrt noch nicht da runter Weil ihr versemmelt bloß wieder Jawohl, Sir Jawohl, Sir Reche auf In Ordnung Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Reche auf Jawohl, Sir Reche auf In Ordnung Jawohl, Sir Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Reche auf So, dann möge man mir mal diese Schätze reichen Die da unten liegen Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Reche auf In Ordnung In Ordnung Vielleicht funktioniert es ja jetzt Jawohl, Sir Reche auf Jawohl, Sir In Ordnung Reche auf Bestätigt Jawohl Nein, 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 nein Ich weiß genau was passiert Jetzt wird einer wieder auf den schießen Jawohl, Sir Weil die halt hier genau da entlang fahren müssen Bestätigt Jawohl, Sir Jawohl, Sir Reche auf Jawohl, Sir Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Jawohl, Sir Reche auf Jawohl, Sir Verloren Warum denn mein armes BMT? Ja, das kannst du vergessen Da tauchen 20.000 Einheiten auf Ich will doch bloß an das Geld da rankommen Aber meine idiotischen Einheiten Ach, nö, weißt du was Ich bin ganz lustig Ich fange da einfach mal an Auf das Ding zu schießen Damit alle auf mich aufmerksam werden Pass auf Noch eine andere Idee Alle zurück Jawohl, Sir Jawohl, Sir Reche auf Alle zurück Und ich hole mir zwei Grenadiere Die vielleicht das Ding da einschießen Ne, noch besser Warte mal Wir machen das ganz einfach Jawohl, Sir Ihr fahrt zurück Jawohl, Sir Du auch Du nicht Du fährst jetzt einfach direkt dahin Du kriegst einen Angriffsbefehl Da drauf Und danach Ziehst du dich gefälligst wieder zurück Und dann baue ich mich hier quasi durch Wobei du einfach hier mal Die Einheiten aussteigen lässt Und danach verschwindest du wieder Du nimmst die zwei Schützen da wieder mit Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir In Ordnung Bestätigt Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Jawohl, Sir Bestätigt Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir In Ordnung Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Das kommt ja noch. Jetzt kommt da wieder der Nächste. Egal, du flitzt zurück auf die Reparaturstation. Nein, 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 nicht einsteigen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! Ein Glashör! Schon dabei! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jetzt kommt so ein Panzer angefahren und macht mir meine Leute kaputt, indem er einfach drüberfährt. Was bist du denn für ein Arsch? Okay, ich sehe schon, ich wollte subtil mir seine Einheiten weg... äh, sein Geld wegschmarotzen. Dann werden wir es jetzt anders machen. Hier zurück. Wenn er es räudig und dreckig haben möchte, hole ich mir meine restlichen Einheiten auch noch dazu. Und, äh, mach mit denen hier einfach mal schon ein bisschen Rambazamba. Vor allem, ich wollte gerade sagen, boah, ich hole meine ganzen Einheiten. Ja, ich habe einen Marmutpanzer noch. Wow, sehr, sehr viel. Aber dieser Tarmpanzer kann nur plötzlich auch in die Luft schießen. Dann versuchen wir es sneaky zu machen, sprich ich schieße hier die Betonwand weg, rase einfach runter mit meinem BMT und bring da einfach fünf Ingenieure rein. oder fünf Ingenieure rein. Boah, siehst du, da hat schon wieder... Ach, weil er direkt über die Basis geflogen ist, der Depp. Ah, okay, also, was heißt der Depp? Ich muss ja selber auch daran denken, dass ich den, äh, extra Flugwege gebe. Aber so machen wir das jetzt. Weil dann kriege ich nämlich da wieder Geld und dann kann ich Sachen bauen. Wobei ich am liebsten irgendwas zerstören würde, aber ich kann halt nicht sehen, was bei ihm wo steht. Zumindest noch nicht, das könnte ich mit ihm hier dann erkunden. Ähm, zwei Invasoren noch dazu. Und meine Jungs von da drüben kommen da mal her. Du stellst dich hier hin. Ich muss sagen, die die drei Helipods für die 3200 Crates, die waren wahrscheinlich ein bisschen in der Verschwendung. Weil, gut, wir können jetzt hier mit denen ein paar Angriffe fliegen, das ist sehr nett gelöst, aber im Endeffekt hab ich hier bloß hier für ein paar Geschütztürme gebaut. Das war nicht sehr nützlich. Bestätigt. Ihr bekommt, nein, direkte Befehle von mir. Und jetzt dürft ihr da hinfliegen. Besser als gedacht. Ja, der da oben sammelt, das ist ihm jetzt auch schon wurscht. Wir müssen hier die zwei noch wegmachen, dann können wir hier die zwei rein uns holen an Ressourcen. Weil ich glaube, er hat unten auch keine Ressourcen mehr und das werden wir einfach mal eiskalt ausnutzen. Dass wir ihm die Sachen einfach wegklauen. Oh, schade, ich hab gedacht, das wäre vielleicht nochmal eine Dreierreihe oder so. Okay, die haben keine Milizierung mehr, da müssen wir nochmal fliegen. Oh nein. Unverschämtheit. Das müsste eigentlich reichen, aber wenn der da hinfährt, kann er wieder nicht ausladen. Wir testen es mal. Dann klaue ich ihm hier einfach mal ein bisschen was von seinen Sachen. Zu Glück, hat es keinen von unseren Leuten erwischt. in Ordnung, bestätigt, breche auf. Bestätigt. In Ordnung, bestätigt, in Ordnung, jawohl, jawohl, ich Idiot, da ist ja die Tiberiumpflanze. Ich hab die neben der Tiberiumpflanze rausgelassen, das war immer mega dämlich. Ja, nice. Viel, viel Geld. Machen wir gleich nochmal. Boah, wie viel Geld gab das denn? Vor allem, ich muss, oh, ich muss ganz schnell, wenn der mein Silo hier zerstört. Wenn der mir ein Silo hier zerstört, dann muss ich das ja auf meine anderen Dinger transferieren. Das hier ist ein Ressourcensatz. So, ich überlege, ob ich da ein Ressourcensammler einfach wegschnitzel. Jawohl, klar. Jawohl, klar. Jawohl, klar. Bestätigt. Jawohl, klar. Jawohl, klar. Reparatur und unsere Basis wird angegriffen. Ja? Einheit verloren. Da kriegt er wieder dick Geld her. Boah, ich bräuchte nur seinen Bauhof. Der Rest wäre mir egal. Warte mal dann. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich kann nicht die ganze Zeit... Ich überlege, ob ich die ganze Zeit einfach Dings baue. Immer wieder Betonmauern, damit er da gegen die Mauer schießt. Bisschen mehr Geld, für mich hätte ich... Weißt du... Oh, Idee, Idee, Idee. Vielleicht funktioniert das so. Wir speichern vorher mal. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... was ich... Ich bin jetzt... Ich bin jetzt...